Im Sommer 2014 hat TASCA die neue AVL Luggage Serie vorgestellt. Ein umfangreiches Taschenprogramm, was auch weiter kontinuierlich ausgebaut wird. Ich möchte heute an dieser Stelle die Chiller Bags vorstellen. Chiller Bags sind unsere Kühltaschen. Unsere Kühltaschen zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass eine wirklich hochwertige, vernünftige Isolation verwendet wurde, welche zum einen sauber abwaschbar ist, somit hygienisch sauber ist und zum anderen einen deutlich höheren Isolationswert bietet als vergleichbare billige Produkte, wo einfach nur eine Silberfolie und ein bisschen Schaumstoff drunter ist. Die gesamte Chiller Bags Serie ist wie alles andere in der Luggage Serie doppelt und dreifach vernäht. Alle Stresspunkte sind doppelt oder dreifach vernäht. Selbst bei einer kleinen Tasche wie dieser, die vom Gewicht her niemals so schwer wird, dass das ein Problem wird. Trotzdem wurde hier alles doppelt vernäht. Das ist übrigens der kleine Chiller Bag. Ideal für kurze Ansitze, für 2-3 Kilo Boilies kühl zu halten, eventuell die eine oder andere Getränkedose oder mal Lebensmittel. Durch die hohen Isolationseigenschaften, selbst im Sommer, halb noch Lebensmittel frisch und damit sicher und lecker. Das sind die beiden Big Boys. Wir haben noch eine mittlere Größe, die habe ich jetzt gerade nicht hier. Die große Serie zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie eben für europäische Angler wirklich vernünftige Mengen Boilies aufnimmt. Wenn man hier lose reinschüttet, gehen hier gute 8-10 Kilo Boilies rein. Das sollte eigentlich für die meisten Sessions ausreichend sein. Wenn nicht, kann man ja 2 mitnehmen. Ein ganz besonderer Clou der Chiller Bag Serie ist, dass wir passende Einsätze für unsere Chiller Bags haben. Das heißt, wir haben diese Frisch-Netzbeutel. Das heißt, man kann angeln gehen, tut die gefrorenen Boilies da rein und nach ein, zwei Tagen, selbst bei der besten Isolation, ist das natürlich vorbei mit dem Gefrorensein. Dann nimmt man sie einfach raus, hängt sie in den nächsten Baum und kann so die Boilies weiterhin frisch halten. Diese Netze sind selbstverständlich separat zu erhalten und wir haben sie als durchgängige Modelle oder wie in diesem Fall geteilt. Wie man hier sieht, kann man zum Beispiel zwei verschiedene Boilies da rein tun. Idealer Begleiter an heißen Tagen für Boilies, Lebensmittel aller Art. Begleiter an heißen Tagen für Boilies, Lebensmittel aller Art.